Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video von uns. Wir haben mal eine Runde TTT gespielt und so ein bisschen die Leute geärgert, die dort drin waren. Es ist ein englischer Server und wir haben halt so ein bisschen sehr auf Deutsch gemacht. Ja, wirklich auf das Klischee richtig scheiß Englisch sprechen und so. Und ja, wie es dann, was da passiert ist, erfährt ihr in diesem Video. Ja, viel Spaß. Hallo. Mit was redet man? Du musst so richtig schlecht, so richtig ekelhaft deutscher Akzent. Halo. Sorry, mein Englisch ist nicht sehr gut. Was? Das ist Deutsch. Ich habe nicht so gut Englisch. Das war ein sehr guter Rund. Ja, ja. Was hast du gesagt, dass ich dich nicht so gut verstehe? Das war ein sehr guter Rund. Das war ein sehr guter Rund. Das war ein sehr guter Rund. Das ist mein Englisch, Bro. Ja, ich habe. Ich habe ein sehr guter Rund. Das war ein sehr guter Rund. Alter, ich werd wahrscheinlich gleich abgeknallt, von dem da oben. Hey, ich bin kein Traitor Leute, ganz bestimmt nicht. Was bist du? Scheiße, Alter, ich dachte nach nem Headshot sterben die. Ah, scheiße, bist du gestorben? Scheißen Dreck, bist du gestorben? Ja, ich wurde getötet, gibt's irgendein deutsches Lied, was wir singen können? Alter, ähm, die Nationalhymne. Nee, ist zu, zu übertrieben, I'm innocent, I'm innocent, I'm innocent, Alter. Was, ich versteh dich nicht. Nooo, I'm innocent. Oktoberfest, ich liebe Oktoberfest. Ich denke, jeder hat einen sehr guten Job, außer jeder, weil niemand hat nur einen guten Job. Ich bin, 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 ich bin. ich bin, 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 ich bin,. Ok, mach das. Haha, die hat gesagt, I think German brain is always good. Hoffentlich wett. Gg. Oh, scheiße, dammit. ichtig. Ich glaube, das war ein sehr guter Match. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Vielleicht für dich, aber nicht für mich. Das war der beste Match, den ich noch gespielt habe. Alter, dein Englisch! Was? Das ist so geistig degeneriert. Wenn halt Englisch geistig degeneriert sein kann. Das ist einfach nur deutscher Akzent. Aber over 9000. Ja. Kannst du das nicht? Ein Detektive! Bist du Traitor? Nein! Nein! Das ist schon der Detektive, der darf auch Verdacht töten. Nein! Nein! Hast du gehört? Nein! Ich habe dir das gar nicht gesagt. Ich weiß. Hast du gehört? Der hat nein gesagt, also hast du nicht recht. Behind you! Behind you! Behind you! Yes! Das können die nicht gewinnen. Warum? Sei denn die legen ne Bombe oder sowas. Jetzt knallen die sich gegenseitig ab, obwohl das die anderen zwei sind die Traitor. Die töten sich voll selbst. Wie dumm! Jetzt haben die verloren. Gott! Die hätten doch... Euch wäre der Sieg hundertprozentig sicher gewesen, ihr Idioten, Alter. Ihr habt euch einfach alle gegenseitig getötet. Stop it, little thing. Der Hurensohn knallt mich einfach ab. Ich glaube, es geht los, Alter. Glaubst du, die verstehen dich? Eher weniger. Drei Tours have win! Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja, haha, haha. Someone killed me for no reason. Du sprach Deutsch. No I speak English. Haha! Selten dämlich! Boah, halt du doch deine Fresse, Alter. Alter! Nein, der Server wurde down-geschuttet. Tja, schade. So, das war dieses kleine Video mit mir und dem lieben Antragon. Ähm, ich hoffe, es war vielleicht recht witzig. Ja, wir haben einfach mal so ein bisschen die Leute nicht wirklich verarscht, sondern eher geärgert. Ja. Was sagst du dazu? Natürlich ist unser Englisch besser. Natürlich ist unser Englisch besser. Natürlich ist unser Englisch besser. Ja, bis dann. Bis dann. Ich sag Sayonara und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.